hallöchen meine freunde und willkommen wahrscheinlich zum letzten part von blackwood crossing einen sehr emotionalen schön spiel und ich habe ein bisschen überlegt wie wieder die ganzen gesprächsfetzen hier zusammen passen und ich versuche jetzt mal was freunde ich versuche das was ich jetzt mir so überlegt hat wie es alles zusammen sein könnte ich quatsch jetzt mal mit dem vater er sagt ja das hier leider kann ich mich rennen also es gibt keine sprint taste aber das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen also wenn das der sattschau gefallen ist wissen wir dass das spiel hier höchstwahrscheinlichkeit kein schönes happy end geben wird überhaupt kein happy end okay dann haben wir die ist schon mal abgeschlossen ich will ja auch dass du bleibst finn und dem verbinde ich jetzt zeit mit den kämmern okay dann haben wir die beiden auch und ihr merkt es wird schon dunkler oh man Er bittet schon selber darum, dass Scarlett ihn nicht wegschickt. Ich benutze ihn, nicht wahr? Er bittet mich weg. Es ist nicht zu spät. Seine Freundin hält die Schlüssel. Kann ich hier nochmal ansprechen? Sagen die noch was? Es gibt nichts mehr zu tun. Du bist richtig. Das ist aus unserer Hand. Die zwei von dir können ihm die Kraft er braucht. Aber es gibt so viel Distanz zwischen uns. Wir müssen uns über Scarlett überraschen. Sie hat so stark gemacht. Sie war immer stark. Sie wissen, woher zu gehen? Komm mit mir. Mein Ort ist hier. Aber es ist so schmerz. Ich schlaue. Ich schlaue. Kann ich das hier halten? Finn! Wait! Finn, nicht! Nicht gehen! Finn! Finn! Also ist ihm was passiert? Is das? Okay. Woher bist du? Okay. Kann ich vielleicht das Feuer nutzen? Ich bin hier! Ich kann dich erreichen! Ich muss unserem Bruder helfen. Sonst kann er das Licht nicht erreichen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, wir sind da, Finn. Wir helfen dir. Ist doch einer, da ist noch eine müssen, aber das ist echt ein bisschen, in dem Spiel ist das nur ein bisschen nervig, dass Scarlett nicht rennen kann. Geh, wir müssen ganz noch hinterher rennen, wieder zum Lagerfeuer. Wo bist du? Kannst du mich hören? Ich glaube, ich habe jetzt alle Statuen von ihm gesehen. Und ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Feuer da zu diesem komischen Portal bringen. Ich hoffe, ich kann an denen vorbeigehen. Nee, kann ich nicht. Ich glaube, ich muss nicht mit denen reden. Ah, okay, wir müssen ihm die Gegenstände geben. Ich werde. Ich werde. Ich werde. always be here, Grandma. I gave him my father's Penknife. Okay, das Taschenmesser. Wer will I pass things on to now? Sorry, Grandad. Wer will I pass things on to now? He had such spirit. I still have his last piece of homework in my desk. Couldn't bring myself to market. I think it's time to move on. Close the book. Thank you, Mrs. Lindhurst. And he will probably get the car. Can I keep this? It's a good one. Jetzt habe ich ja nichts mehr. Ah, jetzt ist das auch verschwunden. Hm? What are you doing? I can't do them on my own. I hate you! I'm sorry. Let me help you. It's called Finn, right? Finn, don't! Don't go! Can? Scarlet? Is that you? It's me. I just want you to know I'm here. If you need me or want to hang out. Thank you. Or not. Or whatever. I mean, no pressure or anything. I understand. Everything seemed wrong after Finn. After Finn died. I guess I was waiting for it to feel right again. But it won't. I'd wait forever. We're all here for you. I know. I'll be back. I promise. There's something I have to do. Okay. Okay. Sorry, if I don't have much to say. Sorry if I don't have much to say. I'll be back. Ah, that was the light there. Can I take the light here or... Oh ja, der Vater hilft uns. Mom's waiting. Ein kleiner Soundbucker. Hey Finn. It's going to be okay, mom's here, I know, I think you need to go with them, I can't, I don't want you to, but I think you have to, look at her face, okay, look at her face, oh god, 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 Finn, I didn't understand, it's going to be okay, I can help. Die ist echt talentiert, dieses Mädel. See, it's going to be okay now. Mom. 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 Danke, Scarlett. Du bist eine gute Frau. Und wir sind sehr stolz von dir. Mom, nicht mich verlassen. Wir können nicht bleiben. Du wißt du das. Ich will nicht alleine sein. Du wirst nicht sein. Finn, es ist Zeit zu gehen. Ich habe sie nie gehört. Ich weiß. Ich bin sicher. Nein. Entschuldigung. Du musst nicht mehr sein. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Bye, Scarlett. Hallo Freunde. Ja, das war's jetzt mit dem Wunsch-Let's-Play von der lieben Demonicard, nicht Blackwood-Crossing. Warum ihr mich jetzt hier am Schluss des Spiels nochmal im Großformat sehen dürft, ist, ich musste den Schluss ein bisschen rausschneiden. Und weil ich das Lied, was da angetrallert angekommen ist, also das Outro-Lied, ich habe die Befürchtung, dass das Copyright ist. Und ich möchte ja nicht gegen das Urheberrechtsgesetz verstoßen. Und deswegen habe ich das jetzt rausgenommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Und ja, ich habe geweint. Ich bin halt kein Stück Stein. Sondern ein Mensch mit Gefühlen und Emotionen. Und ich muss ja sagen, ich glaube, ich habe das schon in dem Let's-Play raushängen lassen oder raushören lassen, dass ich diese Geschichte von Finn und Scarlett mit mir und meinen noch drei verbliebenen Schwestern verbunden habe. Aber mehr gehe ich auf diese Sache nicht ein. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, ich denke mal, ich werde öfter solche Wunsch-Let's-Plays machen. Und wenn ich auch zu euch persönlich antreten muss und euch einfach mal ein paar Spiele zeigen muss, die ich besitze, für die, wo ich mich jetzt nicht kenne, Wie gesagt, werde ich auch noch ein extra Video machen. Also beziehungsweise die, wo ich mich jetzt nicht persönlich kenne. So. Und ja, wie gesagt, es hat euch gefallen. Es hat euch gefallen. Ich bin noch ein bisschen durcheinander wegen dem Spiel. Nicht wundern. Und ja, man sieht sich beim nächsten Wunsch-Let's-Play oder beim nächsten Let's-Play, denn ich habe noch, wie gesagt, viele auf Lager. Man könnte sagen, ich habe quasi eine kleine, aber große Lagerhalle voll Spiele noch. Und die will ich versuchen, noch alle zu let's playen, soweit es geht. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und ich habe eine schöne Zeit da draußen. Ich weiß, wir haben momentan eine schwere Zeit. Aber ich hoffe, ihr habt in dieser schweren Zeit auch sehr, 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 sehr viele schöne Momente. Und hattet auch einen sehr schönen Moment mit meinem Wunsch-Let's-Play von Blackwood Crossing. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Holy Diver 231. Szenen muss ich noch lernen. Tschütschü.